heute mal wieder so mal kein blog die eröffnung ist vorbei und ich habe endlich mal wieder zeit ja auch normales normales video zu drehen genau ich habe natürlich trotzdem die tage immer wieder wenn mir was eingefallen ist oder so eine kleine liste angefertigt was ich denn für videos mal machen könnte und ja heute fangen wir wieder an mit den normalen videos und ihr habt es vielleicht oben schon gelesen das ganze thema kinderarzt und auswahl des kinderarztes und so weitergehen ja weil für mich war das einfach selbst ein schwieriges thema weil ich tatsächlich nicht wusste ja wie wie finde ich raus ob mein kinderarzt gut ist oder nicht gut ist oder bevor ich ihn auch auswähle wo es ja noch nicht mein kind oder mein kinderarzt ist es ähnlich ist von klein der kinderarzt aber ja und deshalb wollte ich einfach von meiner erfahrung so ein bisschen erzählen weil ich sag es gleich ich bin sehr zufrieden mit meiner auswahl und ja da muss ja irgendwas richtig gelaufen sein okay dann fangen wir einfach an gut also ja ich habe mir schon eine schwangerschaft überlegt okay wir brauchen einen kinderarzt natürlich wenn der kleine da ist und ich habe dann erst mal im internet guckt was gibt es überhaupt für kinderärzte also wen wo was in den ganzen dörfern hier also wir wollen ja auf dem dorf und da gibt es halt bei uns direkt im dorf gibt es keinen es gibt aber in den nebenliegenden dürfen einige kinderärzte und ja ich habe dann natürlich also für mich war mein erster ansprechpartner meiner hebamme muss ich ehrlich sagen ich habe dann mit ihr auch lange zeit drüber geredet und sie meinte ja es ist schwierig hier in der gegend guten kinderarzt zu finden weil viele viele hier in der gegend tatsächlich so sind dass sie bei jedem quersitzenden pups antibiotika verschreiben und das wollte ich einfach auch nicht also ich wollte schon jemand der da auch vielleicht auch wirklich auf diese homöopathische schiene und so und da erst mal probiert bevor wirklich diese harten dinge irgendwo verschrieben werden weil ich kann mir einfach nicht vorstellen dass es für die kleinen gut ist dann bei jedem schnupfen irgendwie antibiotika zu bekommen genau so und ja und da hatten wir und da hatte sie mir schon in singwitz den dr volker was auch unser kinderarzt ist damals schon empfohlen und ja da hat daraufhin bin ich dann noch ein bisschen auf die suche gegangen ich habe mich im ende noch ein bisschen schlau gemacht da gibt es ja auch diese seiten wo auch ärzte immer ärzte immer bewertet werden ich habe mit bekannten gesprochen ich habe ja tatsächlich einfach dieses ganze thema kinderarzt immer wieder aufgegriffen und nach erfahrungen gefragt und hin und her und da wurde mir tatsächlich auch vieles gesagt so von wegen bei halt beim dr volker die wartezeiten sind nicht so lang er ist so lieb mit den kindern es ist er ist wirklich er probiert lange mit homöopathischen mitteln mit hausmitteln mit was auch immer bevor er wirklich dann mal so richtig böse kracher so verschreibt was mich absolut eigentlich überzeugt hat ja und von daher und dann stellte sich auch noch raus das war ganz witzig in der praxis von dr volker wo wir jetzt sind war früher meine kinderärztin drin also und ich habe sogar noch meine letzte impfung die ich vom kinderarzt bekommen habe war der dr volker ja weil meine meine kinderärztin ist dann rente gegangen und er hat die praxis übernommen und da war ich noch das letzte mal beim kinderarzt irgendwie wo ich halt noch die letzte impfung vom kinderarzt irgendwann mal bekommen habe ich glaube mit 15 oder 16 war das also war wirklich dann so wirklich der schluss wo man dann irgendwann nicht mehr zum kinderarzt geht habe ich noch von ihm bekommen und irgendwie fand ich die situation auch ganz witzig aber gut das hat jetzt auch nicht meine entscheidung so groß mit aber ich weiß zum beispiel dass die frau dr bein was halt meine kinderärztin früher war eine wahnsinnig tolle ärztin war und meine eltern immer auf die geschworen haben und ich gehe ich muss ehrlich sagen ich glaube nicht dass sie jemand ihre praxis übergeben würde wo sie nicht der meinung ist er würde ihr ja ihre ganze art und weise das zu handhaben weiterführen und ihre denkung weiter zu führen von daher war ich mir da auch war das auch wieder ein punkt für mich wo ich gesagt habe okay was was so ein kleiner punkt war der ist halt ein stück weiter weg also ich hätte wie gesagt wir hätten den kinderarzt nehmen könnte am neben dorf ist da fahren wir fünf minuten hin so fahren wir jetzt 20 minuten hin das ist ja alles machbar also ich meine in der großstadt ist das oftmals so bei uns auf dem dorf wir sind halt ein bisschen verwöhnt und aber ja gut das nehme ich dann gerne in kauf wenn ich weiß dass ich einen guten arzt habe genau ja und so habe ich eigentlich so meine vorauswahl getroffen wo ich wirklich gesagt habe okay ich informiere mich halt internet hebamme erfahrungsberichte und so weiter also dass er wirklich so ein bisschen die vorarbeit ja und dann sind wir natürlich dann irgendwann das erste mal zu ihm gegangen ich bin ja wisst ihr ja ich bin ja einen tag nach der entbindung gleich nach hause das heißt die u2 haben wir nicht mehr im krankenhaus gemacht sondern haben wir schon beim kinderarzt gemacht und ich hätte dann einfach angerufen und das war auch überhaupt kein problem auch die schwestern sind sehr sehr nett muss ich sagen und wir sind dann hin und erst mal was für mich total einmal flash war diese praxis sieht immer noch genau so aus wie damals zu zeiten wo ich dort war also natürlich die polster von den kissen wurden mal neu gemacht und so und die wände wurden sicherlich auch mal gestrichen aber es gibt zum beispiel so ein schaukelpferd das ist auch richtig urig mittlerweile dort saß ich schon drauf oder ja also von den räumlichkeiten man kennt halt einfach dann gibt es auch noch so eine so eine dose waren früher immer schon bonbons drin wenn man lieb war und könnte sich da was raus in diese dose gibt es immer noch ich gebe davon aus dass neue bonbons drin aber genau nee also das war natürlich für mich so total so kindheitserinnerung aber auch so wie er damit im klein umgegangen ist also so lieb er sieht auch so ein bisschen lustig aus er hat also eine brille und so keine ahnung ist halt so ein ja mittleres alter vermutlich wird er sein so um die 50 pound 50 irgendwie und ist aber so liebevoll und trotzdem wirklich packt er die kinder halt trotzdem an und ist jetzt nicht so vorsichtig oder irgendwas das gar nicht aber es hat trotzdem total lieb und total nett mit den kindern und ich bin sehr sehr zufrieden genau was natürlich auch noch ein punkt ist das ist aber ein ganz schwieriges thema weil einfach da muss man natürlich auch gucken was zu einem passt dass gerade das ganze thema impfen also unser arzt ist definitiv pro impfen ich auch muss ich dazu sagen also mein kind wird definitiv geimpft gegen so krass wie es klingt alles was geht weil ich einfach sage dann soll er lieber mal mit einem fieber da liegen als statt anstatt dann irgendwie wirklich masern oder irgendwas was tatsächlich auch tödlich enden kann zu bekommen und ich meine ich wurde auch gegen alles geimpft und ich lebe immer noch und diese ja es gibt impfschäden und so das ist mir auch bewusst aber ja das ist so selten und von daher ist mir das so lieber und so schützt man ihn und schützt auch einfach auch seine umgebung ja weil man sagt ja auch immer gerade die kinder die halt noch kleiner sind die halt noch nicht geimpft werden können oder aus irgendwelchen krankheiten heraus nicht geimpft werden können oder schwangere oder ältere menschen oder was auch immer von daher ist mir das einfach wichtig und ja er ist halt erst dann halt auch pro impfen von daher machen wir das auch alles und ja also das ist auch ein ganz großer punkt wo ich sage da muss man sich glaube ich auch wirklich vorher im klaren sein was möchte ich und habe ich den passenden kinderarzt weil ich glaube es gibt nichts schlimmeres als tatsächlich dann zu sagen okay ich möchte jetzt gerne impfen und ich finde impfen toll und der kinderarzt einen versuch davon abzubringen er macht es natürlich im endeffekt das ist sein job aber wenn er einem so ein blödes gefühl dabei gibt irgendwie und man verbringt ja nun doch sehr gerade mit den kindern relativ viel zeit dann beim kinderarzt sei es die ganzen u-untersuchungen sei es die impfen dann man geht ja doch mit so einem kind schneller mal zum zum doktor als jetzt man selbst geht also ich meine ich versuche jetzt den kleinen auch nicht wegen jedem schnupfen dahin zu schleppen einfach weil ich auch denke dass man vielleicht mit mehr viren durch die ganzen kinder sind wieder nach hause kommt als man hingegangen ist aber ja wenn er natürlich jetzt mit fieber und dies und jenes und ich mir nicht mehr zu helfen weiß gehe ich natürlich logisch und von daher ist es denke ich schon wirklich wichtig aufgrund der vielen zeit die man einfach dann da verbringt sich wohl zu fühlen ein gutes verhältnis zu den schwestern irgendwie zu haben zum arzt zu haben man wirklich sagt okay ich fühle mich aufgehoben und ja das ist denke ich ein ganz ganz wichtiger punkt ja ansonsten viel mehr gibt es eigentlich zu dem ganzen thema auch schon gar nicht mehr zu sagen zusammengefasst informieren vorher definitiv hebamme ist denke ich da wirklich ein guter ansprechpartner weil die sich auch einfach in der in der umgebung auskennen und viele und viele erfahrungen gemacht haben dann natürlich wirklich gucken ob man die gleichen ansätze hat von der denkung sei es diese ganze sache homöopathische geschichten impfen was auch immer und natürlich ja auch einfach dieses zwischenmenschliche muss einfach passen genau also das sind so die punkte wo ich sage darauf würde ich wirklich achten und ja und ich denke dann findet man auch schon eine gute wahl und was ich auch sage glaube ich auch man sollte keine angst haben wenn man sich jetzt doch vergriffen hat und nach den ersten zwei besuchen vielleicht sagt na jetzt vielleicht doch nicht so das richtige dass man dann einfach sagt okay dann wechseln wir nochmal und dann ich denke da war ich ja schon da und hin und her und das lasse ich jetzt über mich gehen oder der ist halt im gleichen ort das ist für mich unkompliziert das also ich persönlich würde es so nicht machen weil einfach ja es geht um mein kind und ich möchte das beste für mein kind logischerweise und von daher fahre ich auch lieber mal zehn minuten länger als dass ich jetzt nur weiß im dorf oder um die ecke der kinderarzt ist den halt nehme genau und auch diese sache mit dem lang warten also es gibt ja wirklich arztpraxen ich meine das kennt man auch von den allgemeinen medizinern die haben ein bestellsystem wo man sich denkt warum bestellt ihr eigentlich leute weil man dann wartet man drei vier fünf stunden da in einem warte zimmer und das ist total also und das ist bei unserem gar nicht also ich habe da glaube ich noch nicht länger als zehn minuten mal gewartet weil einfach gerade noch ein kind vorher drin war aber ansonsten also das haut bei uns super hin und das gerade mit den kindern finde ich das ganz ganz wichtig ja genau dann war das heute mal ein kurzes video aber ich vielleicht konnte ich euch so ein paar ja wie wir es einfach gehandhabt haben und wenn vielleicht gerade ein paar schwanger sind überlegen wie komme ich an den richtigen kinderarzt wie gesagt redet mit eurer hebamme redet mit bekannten verwandten was auch immer genau gut dann würde ich sagen wir sehen uns beim nächsten video bis dahin ciao